Jugendhütte vom FC Sandhausen. Ein Rohbau. Wird aber bald richtig kuschelig und fertig. Wir rocken das Projekt. Das gibt hier, wo wir stehen, Verkaufsraum. Das heißt, an den Spieltagen wird hier Essen angeboten, Getränke. Dieses Geld, diese Einnahmen werden dann eins zu eins an die Jugendmannschaften weitergegeben. Die können dann Freizeitgestaltung machen, Zucker-Arena buchen und, und, und. Also wir haben die Unterkonstruktion fertiggestellt, ausgeglichen. Jetzt haben wir schon teilweise gedämmt und jetzt fangen wir an, in den Wänden, wo wir die Dämmung angebaut haben, die USB-Platten anzuschrauben. Vom Skelett zum Mensch. Also wir haben vorher ein Gerippe, jetzt haben wir Fleisch dran. Also noch ein riesen Meilenstein. Es ist eine hervorragende Leistung von den Handwerkern selbst. Es ist überrascht, dass es auch so geklappt wird. Mir gefällt es gut. Ich finde es gut, dass jetzt auch Fenster da sind, gescheite. Und für uns ist es halt wichtig, dass es jetzt im Frühjahr, wenn es wieder rausgeht, dann, wenn die Saison draus wieder losgeht, dass wir hier die Bude haben, dass wir ordentlich verkaufen können. Da seid ihr natürlich alle eingeladen, das ist klar. Versteht sich von selbst.